ich habe die meine letzten meine letzte info ist das dass wir hier dass das dass das team möglich ist mal schauen ob das auch noch also bei grunk ist es wohl mit ab vielleicht geht es um den grund für kleine streamer nicht ich weiß es nicht finde ich ein bisschen kacke dass das dass das so ein unklaren geblieben ist dass da jetzt das dann relativ dass das so ein bisschen fahren sich jetzt auch alle unklaut im unklaren wie das jetzt ist ja ich werde mich jetzt mal darauf berufen wenn ich meine berufung gehen muss mich da jetzt klaren kriege für ich hoffe so weit wird es nicht kommen wenn ich mal mich auf die letzte quelle beziehen wenn ich mal sagen ich habe informationen dass es geht eventuell riskieren wir heute meinen kanal ja macht mir neuen schade mit 35 follower jetzt los und danach gibt es eine kleine überraschung für euch für die drangeblieben sind keine gaming überraschung das finde ich was in 15 minuten geht es los oder auch nicht den kanal gesperrt wird auf punkt 0 aus werden wir sehen ich habe den kontrollbildschirm der wird sich sagen gleich wird spannend der wird sich dann werde ich sehen ob man ob das team aus ist oder nicht und es wird zu video mit system nicht klappt gleich geht es los in zehn neun acht sieben sechs fünf vier drei zwei twitch band und jetzt kommen wir mal bewusst leise wer weiß zur sicherheit ein bisschen auf die noch läuft es bei mir das team ist noch so so was passiert bin gespannt selda selda 2 ach als ob das ist noch selda rough of the wild 2 oder smash es ist smash oder habe ich noch keinen zweiten bildschirm dafür smash content ein bisschen zeitverzögert bei mir weil ich immer zwischendurch ein gehalten habe angehalten habe ersten erst brot wollten bingo schaffen alle werden über die klippe geworfen oder was wie was neue kämpfer oder wie was der alles der alles stoppt der alles kaputt macht ich kenne ihn nicht wer ist das manche werden jetzt vielleicht kennen aber tut mir leid dass ich nicht kenne heute die musik meine musik fast nicht hört sich machte wegen der unklarheit des tons ganz ganz still beerdigung super smash boss ultimate mal tecken ach tecken ok habe ich leider nie gespielt da werden alle gedeckt schnurzbällchen aus der seite schmieren köpfe kann fliegen sehr gut ich habe smash nicht gespielt ich habe das nie gemacht das ist also nicht so wirklich meins und tecken habe ich auch nicht gespielt ja manche magst du dich frönen manche magst du dich frönen manche magst du dich frönen ein bisschen gameplay von smash wie der neue charakter spielt wie der funktioniert gegen dorf spielte da deshalb habe ich gedacht das habe ich am anfang gedacht selda 2 aber gendorf ist ja gar nicht in der form in der form überhaupt aber jetzt 2 da ist natürlich noch auf der alten switch jetzt nicht auf der show falls dir überhaupt eine sagt wird 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 sie smash die das die eine halbe stunde behandelt oder was wird sie wird sie auf der war das die neuestre beste news hoffentlich nicht aber weiteres wird stehen und 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 life is strange port sagt hat mich gerade so ein bisschen ein bisschen würde ich sagen das die ich habe es nicht sieht anders aus oder muss auch noch vielleicht das auch irgendwann noch mal spielen das ist ein bisschen oder nein das ist tatsächlich remastered collection ok aufgeputscht für die switch als port ja als port ok what's life is strange two colors ist das ein remake oder ist das ein port sieht nicht mehr nach einem port aus ich würde es aber nicht auf dem pc spielen müssen auch noch mal spielen gar nicht auf die galaxie ist auch schon auch ein spiel was irgendwie geportet wird das ist kein neues wir haben es wird geport dazu ja das habe ich vom twitter geklaut dass das sind das bullshit bingo und auf twitter unterhersteckt nintendo direkt interessant das wäre auch eher so eine sache die ich auf dem pc spielen würde und was das jetzt 2 point campus auch wieder ein port das sieht gar nicht so schlecht aus und nichts was ich jetzt spielen würde nichts spiel fähig ist bisher nichts für mich was passiert jetzt um die kunden im druck und adventure 20 anniversary okay wir sehen nur gameplay mit dem wie gesagt ob ich hier die die dedikung war das nicht nochmals können das noch der kleinere ist einer aus der dunkel familie sowie dass das jetzt nicht weiß bitte um verzeihung super donkey ball monkey super monkey ball ist gar nicht umgekommen aber war ja sorry ich habe für einen einen von aus der dunkel familie halten da tut es mir noch mehr leid ok ok mario party super stars mario party 4 mario party war das letzte ich glaube für die switch war das ja für die switch ist das das neue spiel das wäre mal ein neues party mario party super stars das ist das ist feierbar das könnte ich sage ich muss mir danach noch mal angucken gucken wir nachher noch mal zurück aber es ist nicht aber es werden vielleicht mal was für mich bin interessiert metroid king jetzt hier was metroid 5 mit 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 Das ist jetzt noch ein Release Date. Ich finde so Böscher Bingo. Ja, Matroid bin ich auch super Matroid, bin ich auch nicht so der Heiße drauf, bin ich auch nicht heiß drauf. Bei NetSpill Makros habe ich mal ein Projekt davon gesehen, selbst spielen, das ist mir nichts. Nach der Synthese sieht das auch nicht aus, 8.10.21, ok, eventuell, eventuell ein Punkt. Wird da ein bisschen drüber geredet. Und ja, Amiibo Figuren, wer braucht die eigentlich noch, wer ist, wer sammelt eigentlich noch Amiibos? Hm, ich weiß nicht. AmiSoft Just Dance, ok. Geil. Ich mach die Musik noch ein bisschen weiter runter. Musik ist definitiv. Wenn wir hier Beyoncé sehen, das ist natürlich ein bisschen, was Daniel Rudd läuft, dann mach ich das mal mit Absicht leise. Und so weiter. Das ist auch wieder ein Port. Oder? Neues Spiel. Geil. Neues Spiel. 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 Dr rocket. She. Neues Spiel. Wird Jaxöz Carnis. Geil Neues Spiel. GoldEC! Mario Golf Dazu was Mario Golf Nicht das Wüster Super Mario Odyssey Auf der Liste Worüber ich mich freuen würde Das was ich wirklich feiern würde Super Mario Odyssey Da mal ein bisschen Super Mario Odyssey 2 Kommt vielleicht zum Schluss Ja Ich habe mir am Anfang Gar nichts von der Direkt erwartet Ja Schauen wir es an Und lasst mich überraschen Mal schauen was kommt Super Mario Odyssey Oder Super Mario Odyssey Im Spiel In Golf Wahrscheinlich Super Rush Daug noch ein bisschen Was haben wir hier Monster Hunter Stories 2 Die Vortsetzung Ja Monster Hunter Was soll ich dazu sagen? Ein Monster Hunter habe ich mal, ich weiß nicht, welches war. Könnte nachgucken, habe ich 2019 auf der Gamescom vor Ort gespielt in Köln. Letzte Gamescom, die in Köln stattfand. 2019. Mein erster und mein letzter vor Ort bisher. Da ich mal einen Monster Hunter, ich glaube, das war ein Monster Hunter. Da habe ich mal was angespielt. Was am Nintendo stand. Da habe ich mich angestellt und das ist auch in meinem Z-Log zur Gamescom 2019. Das habe ich mal gespielt, aber ja, Fan bin ich nicht davon gewohnt. Ich habe es auch nicht vorzuspielen. Im Juni. Jetzt schon. Das ist ab 25. Juni. Das ist ja jetzt nächste Woche. Das ist doch Wario. Das erzählen mir nichts. Das war ein Game. Und es ist endlich bereit. Ein ganz neues Game von meiner Firma. Check es aus. Du kannst mich kontrollieren. Ich muss das machen. Hahaha. Schau mal mich auf die Rats gehen. Check out diese Jungs. Sie kamen zurück und sie haben wunderschön neue Talente. Ja, okay. Scheint ein neues Mario-Game zu sein. Mario, ja. Ich bin mir noch nicht gedroht bisher. Sollte ich vielleicht mal dran denken. Vielleicht auch irgendwann mal. Versuchen. Fand ich bisher mal ganz lustig. Wenn ich es bei anderen Möken gesehen habe. Selbststehen. Selbststehen. Oh mein Gott, nein. 10. September 2021. Mario, we're get it together. Okay. Vorbestimmt noch heute. Naja, ehrlich. Wario, wer hier noch ein bisschen Gameplay gezeigt. Gameplay wieder holt. Trainer. Trainer Material. Was kommt da als nächstes? Das finde ich mal gut. Aha. Japan, das grüßt. ein drehsimmunerator das wäre es das wird zu genial was haben wir da auch musik spielte mit und das battle mäßig ist und einer arena illuminati angels und demons etwas japanisches Shin Megami Tanke Sensei, okay. Ja, Manga, Anime, Dings, Zeugs. Bin ich jetzt nicht so heiß drauf. Das ist jetzt, ja, hat auch so ein Stil. Das ist halt, kriegt er mich wieder nicht für. Für solche Spieler bin ich leider überhaupt nicht. Erinnert mich auch wieder ein bisschen stark an Monsterhalter. Okay, Führer. Monsterhalter. Wir können doch hier mal Vollbit machen, das wäre auch möglich. Müsst nicht immer mit einem OBS aufmachen. Das ist halt eh keiner im Stream Chat. Ja, sorry, interessiert mich halt wirklich. Keiner, das ist halt das Spiel. Juckt mich. Welche Destiny wählen würdest du wählen? Shin Megami Tensei V wird exklusiv auf Nintendo Switch November 12. Zelda. Bei Footwrites 2 haben sie noch nicht gemacht. Ist noch nix. Ja, für Anime und Manga Freunde. Bestimmt. Was toll ist. Ein weiteres Switch Team. Genauso. Was? Dann? 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 Was? Sag mir leider wieder nichts. Das ist vielleicht schlecht, dass das nicht kennt. Äh, Foot. Okay, den kenne ich irgendwoher. Habe ich schon mal gesehen. Irgendwie. Den habe ich schon mal irgendwo in einem Meme gesehen. Aber wir hatten irgendwas. Hat ja. Irgendwas hat das zu bedeuten. Ja, das ist alles. Wahrscheinlich ein altbekanntes Spiel, das ich nur nicht kenne. Ein Detektivspiel, also. Sorry, dass ich es nicht kenne. Wir hatten, glaube ich, da. Wir müssen ja immer nochmal zurück spülen, wenn wir vorbei sind. Das fand ich interessant. Das war bisher. Das hat mich am meisten gerockt. Das schien wie neue Mario Party Titel zu sein. Ja. 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 Das wird auch individuell auf Nintendo eShop. Wir hoffen, dass du nicht Angst hast. Mhm. Das sagt, irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Selbst gespielt natürlich nicht. Aber Project Chiro. Mhm. 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 In this horror adventure game, you'll uncover the mysteries surrounding the ethereal but deadly Mount Hikami, believed to be at the center of many disappearances. Ghosts frequent this mountain. Your only defense is a camera that can repel and cast them out. Mhm. Sieht gut aus. Aber wieder absolut nichts für mich. Nichts, wo ich mich dran trauen würde. Can you investigate Mount Hikami? And stay alive? Project Zero. Made in black water. Schön. Priesterin des schwarzen Wassers. Weitere Pots. Mhm. Mhm. Doom Eternal auf der Switch. Mhm. Naja. Bei aller Liebe. Doom. Da kann ich mir andere Plattformen viel vorstellen. Da bin ich. Da bin ich mal ein bisschen fies, aber. Doom will ich doch nicht auf der Switch spielen. Mhm. Ja. So Switcher oder so weiter. Die Switcher. Wird auch schon gebootet. Skyrim und so weiter. Das will man doch auf dem PC spielen. Und auf anderen Konsolen auf der Playstation oder so. Ja. Switchboard. Mhm. Ich weiß nicht. Tony Hawk Skater. Okay. Schön. Port Port Pots. Nach 4000 Jahren hat Sateki, die Witch Queen, aus dem Tod. Und nur ein Grupp von Herzen kann sie stoppen. Die strange Brigade. In dieser erinnerlichen Sprechung, wird man durch einen Arme von mummifieden Monstrositäten während man die Puzzle in Fubi-Trap-Dungeons zu lösen. So was von nicht meins. So was von nicht meins. Das ist eine neue Sprechung. Das ist eine neue Sprechung. Ich habe schon mitbekommen. Das hat Modi schon verkündet. Mario plus Rabbids Sparks. Mario und Rabbids. Mario mit Booster mit schießen. Und das Sternchen, was laut Modi wie Sponsport auch sehen soll. Mario mit Blastern. Ja Leute. Wer es mag. Die Rabbids. Das ist auch. Ja. Das Mario. Das habe ich schon nicht gespielt. Ich glaube das sind Erweiterungen jetzt für das Ding. Ja. Ja. Hübsch sieht es aus. Aber. Die Rabbids. Die habe ich auch mal im Fernsehen gesehen. Der lief mal. 22? nächstes Jahr. Okay. Aber wer braucht es? Die Rabbids. Ich habe es mal im Fernsehen gesehen. Ein, zwei Folgen. Ich habe es mal im Fernsehen gesehen. Und Star steht unter. Okay. Die Indie Games oder was? Mhm. Boah. Pff. Boah. Boah. Ich glaube ich trinke noch einen Schluck. Bis auf Mario Party. Hat mich jetzt noch nicht so sehr beeindruckt. Vielleicht wird einige, dass der Port hier zu dem Geisterspiel dort gefallen haben. Aber. Ja. Ja. Ich glaube das auch nicht so begeistern ist. Im Dezember. Anfang Dezember schon. Okay. Ja. Wie gefällt es mir bisher? Nee. Ich weiß nicht. Was gibt es nun? Zelda. Zelda. Zelda auf der Wald. Ne. Zelda auf der Wald. Äh. Äh. Zelda auf der Wald. Zelda auf der Verheerung. HD. Zelda HD. Na. Na. Da wird es aufgeputscht. Das war doch ein Wii U Game, oder? Was da noch gerade 2017 kurz vor, kurz bevor die Switch rauskam. Ich glaube das habe ich mitgekriegt. Das war einer der ersten Spiele für die Switch. Was noch so, was noch so von der Wii U noch so gerade so rübergepottet wurde. Eher noch auf die Wii U gehörte. Villa 1, Anti-Claims, 18 Juni. Okay. Kaufbonus. Ach, ein Erweiterungspass. Okay. Und ein Bingo noch vollgekriegen. Z.B. 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 Z. Z.B. 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 es gibt es nicht switch ich hätte es hier switch ich hatte nintendo ich kann es euch zeigen da braucht man nicht so ein gerät ich mache euch an ich mache es euch kommen ich zeige es euch jetzt ich habe das ich habe das hier nintendo switch nintendo das aktualisieren hier das ist sehr passend nintendo nes für nintendo online games für nintendo online mitgliedschaft zahler gibt es das links awakening aber auch schon dort gibt es auch schon zeigt dass damit aber nicht so ein game-and-watch gerät hier habe ich ja auch das wünschen gibt mir eine sekunde hat die switch wissen das noch nicht viele kontroller muss dafür online mitgliedschaft da gibt man so ein ziel wurde hinzugefügt ja schön ich will jetzt jemand nintendo sehr schön aber noch zwei punkte adventure links haben wir hier das erste zelda sehr schön kriegt das bingo noch für leute immer das ding ist wenn das selbst wenn es das nicht jetzt kommt das doch bei 2 2 noch mal hier den schweiler ja ich habe auf der weit eins auch noch nicht gespielt war ja auch nicht vor zählen und ich werde nicht mehr freund in diesem leben diese spiele reihe ich werde noch hier ist das links awakening deshalb das remake zu dem remake wird noch zu ende spielen irgendwann ist momentan pausiert aber sorry sorry für heute der einzige nicht gespielt zwei mario mario hat mich glücklich da müssen wir gleich noch mal wirklich ich muss mich daran erinnern da noch mal zurück zu spulen da muss ich noch mal hinschauen 2022 ja nächstes jahr streben an und dies gibt es noch nicht das war es für die der welt bingo 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 es war die drei ja ja was soll ich dazu sagen wir spielen auch ich wollte noch mal zu spüren hier wo ist es mario würde ich noch mal gucken es ist ja auf der switch wird es auf dem pc spielen da ist denn ich irgendwann wenn ich noch jetzt richtig eingespielt habe muss das auch irgendwann auf der hier was noch mal da kommt es hier noch mal hat das teilen die faktor was sagen wir machen die superstars ist das neues ich weiß es nicht sehen sieht an den brettern aus sieht nicht schlecht aus spieland auf der switch da freue ich mich drauf das sieht nicht schlecht aus ja es muss ein neues ding sein hätte ich aber nicht gedacht dass man auch die das budget bingo dabei erfolg kriegen zu bingo schaffen ansonsten außerdem für mich jetzt nicht wirklich was muss ich wirklich da mit der schulter zucken bei 5 der welt zwei teaser vielleicht ja aber auch das ist jetzt nicht 29 ok 21 ok muss mir merken müssen wir im oktober mal mario party spielen super mario superstars nicht mehr super mario party sondern super mario party superstars bin ich dabei freue mich drauf das kann ich das können wir machen das ist da bin ich dann mensch das das können das kann man doch gut finden das ist das party spiel für die switch mache ich mache ich kriege mal hin aber der rest hier mit royce auch nicht so meins golf wird einige freuen dass zu gern das war schon angekündigt ist auch nichts neues mario das war ja wer das wird das ohne neue sache das kann einige freut haben auch wieder nichts für mich haben wir ja das manga game hat das das gesicht von dem hier kann ich von dem das hier das grusel gesicht das hat mir irgendwo schon mal schon mal gesehen der mario party superstars dann bin ich da da bin ich dabei der rest jetzt hier über die präsentation genau so könnte ich noch mal auf der direkte website anschauen ansonsten für youtube da mich nach oben so sich gefallen haben lassen oder neue seite wir uns beim nächsten video buchnamen also scheinbar hat auch oft schon mal hat es auch geklappt also finde ich auch es gab vorher bedenken ob es ob es geklappt wird aus weg gesperrt wird ob dann nintendo da was macht ich habe es durchgehalten das team ist immer noch live also wenn mich alles täuscht bei mir auf dem kontrolle schon läuft es noch ich habe hier ich habe die ich habe es gleich angeguckt die nette und direkt ich habe die musik vielleicht leise gemacht für dich dankst daran bei mir ist online geblieben das ist ich habe so dass die im läuft noch ja das auch mein beitrag zur e3 ist ein stream beitrag ich habe jetzt hier die e3 geguckt war viel gefühl getrose viel gewusel umherum am anfang geht nicht geht doch geht nicht das ist halt nintendo hat diesen komischen tweet dort genau abgelassen der dann übersetzt wurde aufs englische und da gab es dann auch also bis zu kong ist das hochgesandt zum kong gab es da verwirken hat sich dann also scheinbar nicht so viel dran wie es immer noch gedacht hätte also ich für meinen teil konnte es konnte es durchgucken ich habe es erstmal bingo geschafft diese richtung oder diese richtung ist ja man müssen gespiegelt dort ist dort das ist diese richtung diese richtung da ist das bingo haben wir eine reihe folgen kriegt zum fenster hin ja genau zum fenster da so na dann danke fürs zuschauen wir sehen uns so